Und da oben war bestimmt irgendwas. Komm, geh durch! Habt ihr nicht so! Jetzt kann ich mich wegmachen, oder doch? Nee. Doch, warte. Das kommt mir schon sehr bekannt vor. Ja, ist ja... schön. Toll. Ah! Ignorier das einfach. Es geht alles in Ordnung. Es ist absolut normal. Das hier und da hat uns am Film. Geh doch schon mal vor und ich komme dann einfach nach. Und denk daran, Harmonie zu sagen, was für ein großer Hilfe ich war. Du warst... gar nichts warst du, Junge. Gar nichts. Ein schlechter Scherz bist du. Eine große Hilfe. Aber das ist geil, aufgebaut das Spiel einfach nur. Richtig geil. So... Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Entschuldigen Sie, ich muss Sie darüber informieren, dass Sie hier keine Zugangsberechtigung haben. Ja, interessiert ihn total. Zeigen Sie mir mal hier... Öh... Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Öh... Ich glaube kaum, dass er Papiere hat. Dann muss ich da eine Personalie hinaufnehmen. Öh... Name? Guter Name. Ähm... Könnten Sie das Buchstabieren? Ich glaube es war... Öh... Dafür brauche ich einen größeren Notizblock. Hey, hier geblieben! Naja, auf euch flachen Köpfe hört doch eh keine. BAM... 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 Ich liebe dieses Geräusch irgendwie. Witz auch nicht... Puh! Puh! So! Puh! So! Puh! Ich weiß auch gar nicht, ob man zurückkommt! Puh! So! Weiter geht's! Puh! Oh Gott! Wo kommen wir denn hier raus? Weiß kein Mensch, ist aber auch egal! Checkpoint! Na? Verdammt! Aber da war ja ein Checkpoint! Man muss ja eigentlich mit dem Beat durchgehen, oder? Oder sehe ich da jetzt was falsch drin? Na also, klappt doch! Bam! Und da kam ne Benachrichtigung! Nächstes! So! So! Soll uns alles nicht aufhalten! So! Und garantiert nicht nur mal an das Ding! erst mal Leben! Leben! Bam! Checkpoint! So! So! Warte mal denn hier jetzt! Warte, was ist denn mit euch los? The Soul... The Soul Dears? Was ist denn das? The Soul Dears? Bam! Ah! Okay, ich versteh das jetzt! Aha! Okay! Die schwimmen irgendwo hin und dann kann man sie aufm Arsch hauen, ja? Puh! Typisches Verhalten! Au! Bam! Weg mit dir! Ich will hier keiner haben! Und weiter geht's! Puh! So! Erstmal umpacken, ja? Was haben wir denn hier? Schön, ja? Damit muss ich dann bestimmt hier hoch! Nehm ich hier hin! Können wir schon mal ausrichten! Ist ja absehbar, was wir machen müssen! Hier brauchen wir einen Schlüssel! So, ja! Okay! Alles klar! Kommen wir von hier hinein! Puh! Das heißt, hier müssen wir dann auch bestimmt hier runter! Könnte durchaus sein! Sag mal so! Bam! 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 Ihr kriegt auch ein paar auf die Nuss! Zack! Zack! Bam! 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 Und nochmal! Bam! Bam! Hier haben wir den Schlüssel dann! Aber ich will den noch gar nicht einsetzen! Moment! Zwei Schlüssel? What? What the fuck? Hab ich einen übersehen? Nehmen die uns Schlüssel mit? Nein! Aha! Okay! Wo komm ich jetzt hier raus? Puh! Okay! Alles klar! Mal erst den einen Schlüssel einsetzen, damit wir den zweiten einsetzen müssen! Äh, können! Dürfen! Gehau mal! Komm! Nimm nur mit! Zack! 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 Jetzt hab ich allerdings schon voll vergessen, wohin mit dem Schlüssel! Komm! Komm! Geh mit! Du blöder Schlüssel! So! Drin ist er! Jetzt können wir... Wohin können wir jetzt? Hier hin? Puh! So! Weiter geht's hier in der kunderbunden Welt von BeatBuddy! Ja! Und ich hatte recht! So! Das heißt, wir tun jetzt hier... Okay! Das ist schon ausgerichtet! Bam! 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 Puh! Okay! Also am besten nirgendwo entgegenkommen! Puh! 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 Oh Gott! Das war Fail! Fuck! Okay! Aber das dürfte jetzt nicht gar so schwer sein! Eigentlich! Also nochmal die Dinger hier ausrichten! Du hier hin! Okay! Alles klar! Kein Problem! Du hier hin! Und du bist eigentlich auch schon ausgerichtet! Pam! 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 Nein! Ja gut, das ist egal. Uah! So! Nein! Fuck! Das war ein bisschen zu weit rechts! Was soll's! Oh nochmal! Geh durch! Ja! Boah, was bist du hier? Harmony! Endlich! Ich dachte schon, Melody würde dich nie aus dem Bett bekommen. Clef hat hinten etwas, das dir helfen könnte. Ja, das ist schön. Wer ist Clef? Die Frage ist, wer ist Clef? Sollten wir ihn kennen oder nicht? Das ist hier die Frage. Die Musikswitch, waaat? Die Musikswitch, das hört sich geil an. Und, was machen wir jetzt hier? Ne, ernsthaft jetzt? Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ah, okay, deswegen ist das auch so rausgezoomt. Man muss sich hier auf alles konzentrieren. Ja, geiler Scheiß, ey. So, auf den grünen Strahl konzentrieren nämlich hier. So, und dann haben wir es nämlich auch geschafft. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nur eins brauchen. Ja, geil. Geil, geil, ey. Das haben wir richtig cool gemacht, ey. Dennoch die Frage, wer ist Clef? Und wo werden wir ihn finden? Ah, der Typ ist hier. Großartig. Das klappt mit den Schaltern ja schon ganz hervorragend. Wenn wir nicht bald unseren Tempel zurückbekommen und wieder einschlafen, verstummt Symphonias Musik für immer. Der Prinz hat also keine Kontrolle darüber? Dieser Trottel erkennt ein Beat doch nicht mal, wenn er ihn... Hier, da habe ich sogar sprungen. Keine Ahnung. Sorry. Er sorgt nur für Chaos. Er ist für diese Parasiten verantwortlich. Was können wir tun? Als erstes müssen wir Melodies Schlafkammer zurückholen. Der Prinz hat die Kammer in einem Kampf in der Nähe. Wir wissen, wo es ist. Spring rein. Ja, klar, machen wir das. Klar, machen wir sowas. Ja, da bin ich gleich dabei bei so einem Zeug. Muss ich jetzt nach unten wieder? Das sieht so aus. Und Checkpoint. Da, 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 da. Hier riecht das komisch. Irgendwie lila. Was haben wir da? Ein Hauch von Geld. Ah, nicht. Nach hinten gucken. Bronco. What? Was ist das für ein Viech? Ah! Ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen. Was ist das für ein Viech? Ich will das nicht sehen. Na, komm, komm, komm. Äh! Ach, komm. Das ist doch kacke, ey. Da habe ich doch eine Lücke geschossen gehabt. Ah, Hilfe. Das war echt geil gemacht, auch mit dem Viech. So. Durchs Zimmer. Und ein bisschen Leben verloren. Okay, das kann passieren. Das kann passieren, nur umständlich. So, hier durch. Ja, mich brauchst du gar nicht fressen. So, komm. Bam. Bam. Uuuuh. So, Checkpoint. Snare Jumper. Geil. Achievement. So ein heimlich Achievement-Sammler bin ich ja auch. Also, ich mach das auch ziemlich gerne. Wui. Aber ich schaff's immer nicht alles hier zu kriegen, weiß. So, jetzt geht's hier nach unten. Hoffentlich war das nicht zu schnell. Nee, anscheinend nicht. Ähm. Warum begeben wir uns jetzt so gesehen in die Richtung von dem Viech? Nach unten. Nach links. Ich möchte das nicht. Nein. Nein. Ah. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh Gott, da ist es. Da ist es. Nein. Oh, schnell weg. Ich muss hier schnell weg, auch wenn ich jetzt ein paar Sachen natürlich einsammeln wieder. Aber, das muss ich mir halt wert sein. Weil, bevor ich jetzt wieder draufgehe, das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber so lange kann es auch nicht mehr hin sein mit dem Level jetzt. Da, 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 da. Und da hat's für kurz gerugelt. Und ich übersehe ich nicht. Nein, 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 nein. Checkpoint. Wow. Alter. Das hier sieht richtig fies aus. Das würde glatt die Schuhe deiner Oma verkaufen. Das hier sieht richtig fies aus. Knüppel der Weißen Birne mal hübsch einen drauf. Klar mach ich das. Klopft schon. Bam. The Rhythm Legion. Ah lol. Da müssen wir im Rhythmus viermal, also hier war es jetzt viermal, draufklatschen. Oh, da kommen wir wieder auf die andere Musik. Kannst mich mal, blödet Vieh. Kommt nur her. Au. Nicht alle könnt ihr mich erwischen. Nicht alle. Äh. Und sonst so läuft oder wie? Backe. So. Ich möchte gerne mal, dann irgendwann so langsam mal eine Aufnahmepause machen, aber ich will das Level noch machen. Bam, bam. Au. Au. Bam. So, haben wir dich auch? Kannst denn machen, was du willst. Oh Gott. So. Das hindert hier auch Spinnenbeben oder so. Hehehe. Hab ich dich besiegt, du blödes Vieh. Ist das hier ein Schlüssel? Nee. So nicht. Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren, aber was ist, wenn ich hier reingehe? Pua. Und was ist, wenn ich hier hochgehe? Gar nichts. Nur diese Splitter. Cool. Okay. Also. Das Ding schleudelt mich hier runter. Hab ich das richtig gesehen. Dann wird mich dieses jenes hier rüber schleudeln. Bam. 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 Jetzt muss ich aber mit dem dann noch hier rüber. Brrrr. Dann wird ja ganz schön kompliziert jetzt hier. So. Bam. 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 Ja. Cool. Zack. Hab ich dich. Pua. Und noch eins. Pua. Hört sich bestimmt nicht angenehm an. Uah. Puh. Da war klar. Da hätte ich mit rechnen können. Aber ich möchte auch nochmal gucken, was haben wir hier unten. So. Hier sind nochmal ein paar Splitter. Tadadadada. Oh yeah. Oh yeah. So. Hier kommen wir nicht durch, schätze ich mal. Einfach so. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal nach oben gehen. Ja. War eine gute Entscheidung. Au. Zack. Aber jetzt sei der weg. Ich muss das jetzt mal ein bisschen vor mich her zoomen. Bam. 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 Weil dann funktioniert das vielleicht auch mal. Bam. Bam. Yeah. Geil. Hätten wir das auch. Und hier hoch muss ich. Allerdings. Was haben wir denn hier drin? Okay. Hier komme ich dann wieder hier raus. Also ist das irrelevant, was ich hier mitmache. Bam. 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 Oh. Das ist dieser, dieser Umkehrer, oder? War das nicht so? Au. Au. Aber ich habe hier wieder leben. So. Weiter geht's. Bam. Bam. Hey. Alles in der Kontrolle, Brüderchen. Anscheinend hat Prinz Maestro noch mehr Tempelteile gestohlen. Keine Zeit zum Ausruhen. Er hat Teile davon zu den Ruinen gebracht. Er plant ein Ritual, mit dem er die Kontrolle über unsere Musik an sich preist. Folge du den Tänzen, ich und ich bringe meine Kamera zurück. Alles klar. Geil. Love Swing. Yeah. Tja, dafür haben wir jetzt auch ein ganzes Stückchen gebraucht. Aber ich habe schon gesagt, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause, weil das ist dann doch irgendwie ziemlich anstrengend auf Zeit. Und ich gehe nochmal auf das nächste Lied. Allerdings gehe ich dann... So, kurzer Einblick für euch hier zurück zum Menü. Und das war ja hoffentlich ein Checkpoint. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei BeatBuddy. Viel Spaß und tschüss.